Herzlich Willkommen auf DARTBLOG und heute zu dem versprochenen Antwortvideo auf Kaipi 44, seine Frage, ich werfe immer zu tief, was kann ich da machen? Da war noch ein kleiner anderer Ansatz, aber da kommen wir eventuell später zu, denn er fragte, wie kann ich dafür ein Gefühl entwickeln? Das ist schon mal eine sehr interessante Sache, wie kann ich ein Gefühl dafür entwickeln? Ist nicht so oft als Zusatzfrage zu hören, sondern es ist dann meistens immer, ich werfe zu tief, was für einen Tipp hast du? So funktioniert das aber leider nicht. Wir werden gleich ein paar Beispiele sehen und dieses Video dient mir dazu, euch mal zu zeigen, wie eine Herangehensweise für euch aussehen kann, wenn ihr dieses Problem habt, auf was ihr alles achten müsst, welche Fehlerquellen ihr vielleicht dadurch dann meiden könnt, weil ihr jetzt genau wisst, ah, okay, darauf muss ich mal achten, ja, und wie ich mit jemandem umgehe, der dieses Problem hat. Was ist eigentlich der Auslöser dafür, dass ich das verändern will? Das ist hier logisch, ja, jeder wird jetzt sagen, naja, er wirft zu tief, er muss höher werfen, dann kriegt er mehr Punkte. Klar, auf der einen Seite, ja, sehen wir hier an diesem Beispiel, das Feld nach unten verjüngt sich, dadurch wird natürlich die Fehlerquote etwas größer werden, wir werden höchstwahrscheinlich auch einen geringeren Average haben, und wir verdecken uns hier massiv die Triple 20. Ja, wenn der da drin steckt, dann bin ich schon fast gezwungen, entweder den Stand nach links oder rechts zu verändern oder ich muss nach unten gehen auf die 19. Ich zum Beispiel, ja, kann euch mal hier mein Board zeigen, daran erkennt man einen Zutiefwerfer. Das ist mir aber völlig egal, weil ich so gut auf die 19 dann spielen kann und die 19 schon fast genauso, oder nicht fast, sondern ich liebe sie genauso wie die 20. Also geht der erste oben nicht so hin, wie ich es haben möchte, sehe ich dann auch nicht mehr das Feld so, dass ich dann auch noch reinwerfen kann, gehe ich ab nah unten. Zusätzlich, wenn wir hier einen Pfeil zu stecken haben, der so ein bisschen stört, ist natürlich die Gefahr von Abprallern in die 1 und in die 5 extrem hoch. Kommen wir jetzt mal zu dieser Sichtweise, warum muss ich denn jetzt etwas verändern? Und vor allen Dingen, was muss ich verändern? Wichtig ist es zu erkennen, wie groß ist erstmal dein Streukreis? Und da kann man schon einschätzen, ist das, was ich hier überhaupt wahrnehme, dass ich zu tief werfe, geschuldet meines Könnens, dass ich vielleicht noch gar nicht motorisch so gut bin, so eine tolle Feilmotorik habe und auch noch gar nicht so gut dadurch dann Korrekturen und so weiter umsetzen kann? Oder ist das wirklich eine massive Anhäufung von Darts, die ihr Zentrum in diesem Streukreis weit nach unten gesetzt haben? So wie hier in diesem Beispiel, das wäre jetzt ein Streukreis, der genau zentriert ist, aber der Rest ist halt motorische Unzulänglichkeit und das andere hier unten, das ist einfach, da stimmt irgendetwas nicht. Und das muss man auch verstehen lernen, denn die Herangehensweise von vielen Spielern ist, ich werfe immer zu tief, ich muss höher werfen und dann machen sie irgendetwas. Da kommen wir im späteren Verlauf drauf, noch zu sprechen, was man da verändern kann, aber sie machen es erstmal. Und die Konsequenz, die sich dann aus diesem Machen ergibt, die können sie meistens gar nicht kontrollieren, sie beherrschen sie nicht. Sie wissen nicht, was denn daraus erwachsen kann und machen einfach etwas und erhoffen sich dadurch ein besseres Ergebnis. Die Problematik, die ich gerade eben angesprochen habe, ist nämlich so, wenn ich eine Veränderung vornehme, wird höchstwahrscheinlich dadurch, ja, das gesamte Wurfgebild ist ein bisschen sich, ja, wie soll ich sagen, also nicht verschlechtern, um Gottes Willen. Es wird aber sich anders anfühlen. Es werden neue Abläufe, die zwar nicht so gravierend sind, die sich für uns aber gravierend anfühlen. Denn hier habe ich mal ein Beispiel, das hier fühlt sich komplett anders an als das hier. Könnt ihr da einen großen Unterschied sehen? Nein, das ist marginal. Aber im Kopf, im Empfinden, ja, diese sogenannten kinästhetischen Analysatoren, die mir also die Rückkopplung geben, wie steht jetzt gerade mein Arm zum Unterarm, ja, wie weit habe ich mich jetzt gerade zurückbewegt? Das fühlt sich bei mir an, als ob ich so einen Schritt nach hinten mache und der Arm so weit oben steht. Diese kleine Veränderung fühlt sich massiv an. Durch diese ganzen Mythen, diese Landschaft von Mythen, die wir im Dart hier aufgebaut haben, ist es ja so, du musst dich so hinstellen und so werfen, dass es sich gut anfühlt. Das hat man natürlich immer im Hinterkopf und denkt sich, na, das fühlt sich nicht gut an. Das Ergebnis haut auch nicht hin, war dann vielleicht schlecht die Veränderung, das lasse ich dann mal wieder sein. Und dann geht hier wirklich eine richtige Rakete ab. Du änderst hier, du machst da und tust, du kriegst überhaupt gar kein Gefühl mehr, weil du weißt nicht mehr, wo du bist. Du weißt gar nicht mehr eigentlich, was du machen sollst. Oft kommt man dann wieder zum alten Wurf zurück, der ist aber dann auch wieder so ein bisschen gestört. Man hat nicht das große Vertrauen dazu, man hätte ja sonst die Änderung nicht gemacht und so weiter und so fort. Also man muss deshalb verstehen, was passiert, wenn ich eine Änderung mache, was wächst dadurch und wie lange muss ich am Ball bleiben. Das ist aber nur so am Rande, aber extrem wichtig. Und jetzt gibt es nochmal ein Disclaimer, heißt das so, ganz, ganz wichtig. Was ich aber auf jeden Fall nicht empfehlen kann, ist etwas umzusetzen, 1 zu 1, nur weil man denkt, oh, das sieht gut aus. Also, boah, wir schmeißen ja spitzenmäßig, also setze ich das jetzt für mich 1 zu 1 um und versuche das nachzumachen. Das, was ich hier zeige, das sind Ansätze, wie man etwas machen kann, bedeutet aber nicht, dass jemand jetzt das als Leitmotiv nehmen soll und das dann für sich anwendet. Also, das hier sind Beispiele, das sind Erklärungen, das sind Hinweise, aber keine Vorgaben. Hier gibt es nur etwas, was mich betrifft. Wenn ich einen anderen Spieler habe, sieht das höchstwahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. und wird dementsprechend dann auch ganz andere Konsequenzen haben. Also, das nochmal bitte berücksichtigen. Das hier ist jetzt nicht, so musst du werfen. Ich werfe immer zu tief. Ist für mich jetzt eine Information, die ich bekommen habe und die ich jetzt hier verarbeite. Und ich zeige euch, welche Optionen es gibt. Die Option Nummer 1, die wollen wir gleich ausschließen. Ich denke, sonst hätte er dazu auch etwas gesagt. Das Problem ist mentalerseits. Also, sehr oft ist es so, dass ein Spieler im Training ganz gut wirft und im Spiel dann, im Wettkampf auf einmal gar nicht mehr an seine Leistung herankommt. Das hängt einfach damit zusammen, dass durch Druck und Stress sich die Körperdynamik verändert. Emotionen und so weiter führen dazu, dass der Arm nicht mehr so locker ist wie vorher, sondern die Muskulatur verspannt ist. Dass der Herzschlag höher ist, dass ich vielleicht jetzt auch schon so ein Gefühl habe, Ui, jetzt fühlt sich das an wie Angst, dass ich schwitze, dass ich schneller atme, dass die Aufmerksamkeit irgendwo hingeht, dass ich im Grunde genommen kaum noch den Dart, ich habe keinen Zug mehr dazu, ich merke den Arm nicht mehr so richtig, ich habe kein Gefühl. Logisch, dass man da nicht treffen kann und die meisten Darts kommen dann einfach auch zu tief. Ein kleines Beispiel, ich hatte mit dem Stefan Glate 2019 im Oktober irgendwann angefangen zu trainieren und das war zum größten Teil erstmal online. Und beim ersten DDV-Turnier, wo wir uns dann gesehen haben, wir haben ziemlich viel Erfahrung gegenseitig gehabt. Ich habe viele Sachen auch online gesehen und wusste, wie er so zu nehmen ist. und da ist mir eins aufgefallen. Höchstwahrscheinlich hatte er auch einen ganz schönen Druck gehabt, weil ich jetzt hinter ihm gestanden habe und vielleicht wollte er irgendwas zeigen oder hat sich gesagt, hoffentlich wird es jetzt nicht schlecht oder was auch immer, keine Ahnung. Aber der erste Dart, der kam massiv zu tief. Und das ist einfach eine mentale Sache, weil ich genau wusste, wie er im Training spielt, dass da irgendwas nicht stimmen kann und was dann daraus passiert ist, wie wir dann vorgegangen sind, da kommen wir ein andermal zu, und aber was dann der nächste Dart, was mit dem passiert ist und welche Beobachtungen und welche Konsequenzen wir dann daraus gezogen haben, das kommt im Praxisteil, würde ich mal so sagen. Da zeige ich euch nämlich ein paar Sachen. Aber das ist ein mentales Problem gewesen. Und wie oft stehen wir bei so einem Turnier in der Halle und dann hört man dann, ja, keine Ahnung, so gut eingeworfen und das Spiel geht los, nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe nichts getroffen, der Arm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, was los ist, weil wir uns höchstwahrscheinlich gar nicht damit beschäftigen, dass das ein mentales Problem ist, sondern wir sind hoffnungslos überfordert, sind auch noch ein bisschen sauer darüber oder vielleicht auch traurig, was weiß ich. Wir hatten Erwartungen, die sind nicht erfüllt worden, alles ein bisschen blöde. Das passiert. Also da müsste ich mich dann mit einer anderen Sache beschäftigen. Das hat dann weniger was mit dem Werfen zu tun. Übrigens zu diesem Thema, der Trainingsweltmeister, da ist ein Kurs rausgekommen am Freitag. Den kann ich nur jedem empfehlen, der dieses Problem hat. Gutes Training, saubere Würfe, aber im Wettkampf klappt überhaupt nichts und du weißt nicht warum, dann ist das genau das Richtige für dich. Hier unten steht der Link und kann ich nur empfehlen, acht Wochen, es wird alles erklärt, ganz genau darin beschrieben. Alle Informationen werden auch deshalb wochenweise herausgegeben, damit man schön am Ball bleibt. Denn Dart- und Mentaltraining, das ist eine Sache, da muss man auf Ausdauer setzen. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil, was kann es denn eigentlich sein? Und bevor ich anfangen würde, überhaupt etwas zu machen, würde ich mir erstmal den Wurf des Spielers angucken. Das ist das Erste. Da würde ich mit Sicherheit dann schon so ein paar Stellen sehen, wo ich sage, ah, okay, daran könnte es liegen und daran könnte es liegen. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist, ich überprüfe, wie wirft der überhaupt in Bezug auf seine Augen, auf seine Blickrichtung. Was macht er? Wo guckt er hin? Schweift er ab? Hat er den richtigen Fokus? Das kann man aber nur im Gespräch machen. Online geht das auch so halbwegs. Aber hier natürlich jetzt mit meinem neuen Trainingcenter ist das natürlich die perfekte Möglichkeit. Wer hierher kommt, der ist in den besten Händen. Also ich würde dann mir diesen Fakt erstmal angucken. Oft ist es so, ja, du wirst und deine Augen sind auf den, in die fünf geworfenen Dart, ja, völlig draufgerichtet, völlig fixiert, du siehst den ganz scharf. Da ist dann irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Dann hast du nicht den richtigen Fokus gehabt. Die richtige Aufmerksamkeit hast du dann nicht richtig ausgelenkt. So wäre schon der erste Punkt, wo ich sagen würde, okay, da kann es eventuell dran liegen. Dann geht man natürlich eher, wenn man so sieht, okay, der Wurf ist im Grunde genommen, ja, gar nicht so verkehrt, alles in Ordnung, da liegt es nicht dran. Dann, was kann man denn machen, wenn wir jetzt gezwungen sind, über den Wurf, weil alles andere ist in Ordnung, wir müssen ja irgendwas falsch gemacht haben. Was könnte man denn machen, um höher zu kommen, um höher zu werfen? Das ist jetzt mal abgetrennt eher so eine Sache, die viele intuitiv machen. Sie merken, sie kommen zu tief. Die anderen Sachen haben sie überhaupt gar nicht mit einbezogen in die Rechnung. Und jetzt fangen sie sofort an, ich komme zu tief, jetzt mache ich eine Änderung. Welche Änderung gibt es denn, die man da machen kann? Genau, die erste wäre, ich werfe einfach stärker, schneller, stärker, was auch immer, ja. Gebe also ein bisschen mehr Druck drauf auf den Dart. Da kann ich ein sehr gutes Beispiel von mir liefern. Der Janni Selor-Schoglu hatte mal zu mir gesagt, Junge, Olli, der fliegt immer ganz, ganz, als ob da Schnee drauf fliegt. Der kommt ja kaum an. Was habe ich gemacht? Ich habe mehr Flamme draufgegeben. Ich habe den richtig, richtig hart geworfen. Das Ende vom Lied war, die Dinger sind wochenlang, monatelang wie Leuchtraketen geflogen. Das war ein Albtraum, ein absoluter Albtraum. Ist viele, viele Jahre her, aber ein absoluter Albtraum. Das hat mich ziemlich viel Nerven gekostet, ziemlich viel Motivation hat es mich gekostet. Und das fand ich schön. Aber warum macht man das? Weil das natürlich eine logische Konsequenz daraus ist. Ich werfe nicht hoch genug, also muss ich mehr Feuer geben. Das ist eine Sache, die gucken wir uns jetzt mal an. Dann gucken wir uns die Sache mit der Wurfstarke an und nicht wie man stärker wirft. Das werdet ihr am besten wissen, sondern was da passieren kann und auf was wir achten müssen. Fangen wir mal an. Das ist keine alte Socke, sondern das ist, wie nennt man die Dinger? Ein Sleeve. Ich habe keine Angst davor, mir jetzt durch die Veränderung der Wurfstärke, dass mir da die Muskeln auseinanderfliegen oder die Gelenke zerfetzen. Ich habe auch keine Angst davor, dass die Belastung so hoch wird, dass ich dann nachher, aufgrund der Kompression, soll eine bessere Generation stattfinden bei diesen Dingern. Jedenfalls in anderen Sportarten. Im Dart weiß ich nicht, was man sich davon erhofft. Sondern ich habe hier so einen Knüppel, so einen Dödel. Der misst die Wurfstärke. Die machen wir jetzt mal hier rein. Zack, so. Und ich habe nichts anderes. War wieder zu knauserig, mir gleichzeitig ein Armband dafür mitzubestellen. Und dachte, naja, wirst du schon, wie klebst du an oder halt. So, dann gehen wir über die Software. Ja, guck mal, neues Training, Wurfstärke. Erkennt er gleich, perfekt. Training starten. 10 Prozent. Batterien gehen dann auch gleich alle. Ich stelle mir das mal so hin. Ach, ich stelle es mal am besten hier hin, dann sehe ich es nämlich immer live. Ihr seht es ja auch. Normalerweise übertrage ich das direkt hier auf dem Monitor, der hier steht. Und dann fangen wir mal an. Die ersten Lürfe. So, dann legen wir mal los. Also, das war jetzt... Ja. Okay. Uhuhu. Junge. also das ding hier muss ich ganz ehrlich sagen ist doch sehr sehr gewöhnungsbedürftig ich könnte so nicht werfen natürlich würde funktionieren wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige also der zweite wurf der war zum beispiel hat man sofort gemerkt extrem hart das war so ein korrekturwurf weil der erst nach rechts ging also das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ich merke auch dass ich den arm tatsache ein bisschen anders halte weil ich da irgendwie als reingedrückt werde sehr interessant sehr interessant vielleicht mal für ein späteres video also man sieht der letzte habe ich auch gemerkt war ein bisschen hatte so wir haben jetzt gesehen die werte liegen ungefähr alle so in dem bereich um 12 oder 125 was auch irgendwas in diesem bereich und jetzt fange ich an härter zu werfen ja 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 Man sieht, da ist jetzt ganz schön Pfeffer drin in meinem Wurf und man kann auch da erkennen, was für eine Tendenz wir hier haben. Und was auch passiert, dass ich mich langsam meinem Ziel annäher. Boah, okay. Im zweiten hat man, da dachte ich wirklich, mir fällt jetzt der Arm ab. Ja gut, langsam besser, was haben wir gesehen? Ich werfe also, sagen wir mal gleichbleibend, will jetzt erhöhen, werfe stärker, was passiert? Die ersten verziehen nach links, als Rechtshänder oder als Linkshänder dann natürlich nach rechts. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz, die muss man berücksichtigen. Man kann also nicht davon ausgehen, dass ich etwas umsetze und sofort besser werde. Das kommt dann mit der Zeit. Wenn man am Ball bleibt und damit dann die richtige Maßnahme ausgelöst hat, dann wird auf jeden Fall die Leistung kommen. Aber nicht sofort. Definitiv ist das ein Fehler. Wenn ich dann sofort wieder aufhöre und dann sofort wieder in die nächste Änderung gehe. Ach nee, keine 180 geworfen. Ach, sofort wieder was anderes. Das wollte ich eigentlich als Allerwichtigstes sagen. Man muss einen Plan haben. Wenn ich etwas verändere, muss ich einen Plan haben, dass was für Fehler kommen können. Woher die rühren. Und dass es eine Zeit braucht, um sich wieder anzupassen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst auch mit einem Abstand von 10 cm werfen. Das ist ja genau dasselbe Phänomen. Da musst du ja auch ein bisschen mehr Power geben. Die würden auch erstmal wegfliegen. Überall hin. Aber nach einer Weile hast du das drin. Und damit macht man sich keinen Wurf kaputt. Sonst hätten ja so eine Typen wie Bilder, Eilarms und so weiter, die alle früher Eder hat gespielt haben, 7 cm Entfernung, weitere Entfernung von den 2,37 cm. Die hätten ja dann alle Probleme mit ihrem Wurf gehabt. Also von wegen, wenn du mal irgendwas machst, was nicht ganz genau so ist wie deinen Wurf, dann machst du deinen Wurf kaputt. Das ist Blödsinn. Geht nicht. Wenn man das, dann könnte man wieder Bergsteigen, Leitern hochklettern. Dann wäre ja klar, wenn du Treppen hochläufst, das ist ein genormter Abstand. Wenn irgendwann mal eine Stufe nicht genormt ist oder du in irgendein Land bist, wo die Normen nicht so wichtig genommen werden wie bei uns, dann hast du riesengroße Probleme. Weil nämlich dein Körper sich daran gewöhnt hat. Aber nach kurzer Zeit hast du dich auch daran wieder gewöhnt. Und nur weil man denkt, dass ein Einschleiftraining, das sowieso im Grunde genommen für sowas das Falscheste wäre, weil ich muss ja eigentlich mehr Variabilität trainieren. Dann kann ich auch viel mehr, sagen wir mal, Probleme lösen. Desto weniger Probleme habe ich und schon im Kopf habe ich schon gar keine Probleme, wenn ich auch mal von links werfe, von rechts werfe, mich nach hinten stelle. Das haben die früher immer gemacht beim DSAB. Für mich absoluter Albtraum, ein absoluter Albtraum. 2,44 war für mich ein Albtraum. Im Kopf nichts anderes. So ist das. Also, wir haben jetzt gesehen, muss man auch wissen, wenn man es weiß, dann kann man davon ausgehen, dass man zielgerichtet seine Methode denn sauber ausbaut und besser wird. Ich gehe davon aus, man wird besser. Aber zumindest wird man sein Ziel dann irgendwann treffen. Das will ich eigentlich nur damit sagen. Das Nächste ist, die Höhe anzupassen. Die Höhe des Arms. Bei mir ist das so, ich habe ja vorhin in diesem kurzen Einspieler gezeigt, normaler Wurf von mir, das ist eigentlich das, wo ich mich am besten, am wohlsten fühle. Nach einer Weile. Es fühlt sich sehr ungewohnt an, zum Anfang. Es ist auch teilweise schwer, dass dann irgendwann der Arm wieder nach unten geht. Aber es ist Tatsache für mich der beste Wurf mit der höchsten Kontrolle, mit dem besten Gefühl überhaupt. Weil ich einen guten Weg habe, das fühlt sich weit an, ist aber, wie wir gesehen haben, auf dem Bild überhaupt nicht so weit. Aber das ist Tatsache perfekt für mich. Warum mache ich es nicht? Ich zocke hier nur so rum. Wenn ich mal Bock habe, gehe ich ans Bord ran und werfe. Deshalb ist der Arm immer so, wie man sich wohl fühlt. Das ist aber trotzdem nicht richtig. Das etwas höher stehende ist viel effizienter, viel weniger fehleranfällig und sorgt letztendlich dafür, dass ich gute Ergebnisse habe. Langfristig wäre das eine hervorragende Maßnahme, um so zu trainieren. Also, man muss teilweise mal auch über seinen Schatten springen. Es fühlt sich nicht alles gut an. Was es niemals machen darf, ist es darf nicht wehtun. Und jetzt gucken wir uns dann zum Schluss nochmal eine Möglichkeit an, was wir eigentlich dann umsetzen. So, und dann kommen wir noch zum Verändern des Wurfarms, der Höhe des Wurfarms. Ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, dass ich da ein riesengroßes Problem mit habe, weil sich die andere Variante doch sehr entspannt anfühlt. Ich werde mal ein paar Darts werfen, damit ihr sehen könnt, was ich meine. Also, so fühlt sich das für mich eigentlich sehr gut an. Also, ich bin völlig relaxed. Ja, aber genau das passiert hier sehr oft, dass ich massiv zu tief komme. Wenn der erste zum Beispiel zu tief kommt, ja, jetzt natürlich nicht. Der Vorführeffekt, jetzt ist es sogar schon fast perfekt, ja, aber hier. So, mit meinen 1,80 ist das aber definitiv zu tief. Aber, wie man sieht, die kommen auch vom Trefferbild her zu tief, aber eigentlich gerade. Wenn man darüber spricht. Die Sache, alles in Ordnung, ja. Gerade in schwierigen Situationen ist es aber so, dass durch diesen tiefen Bereich, ja, man sieht, ich arbeite sehr stark mit der Schulter. Ja, ne, ich muss natürlich hochkommen während des Wurfs. Also, wenn ich jetzt den mal so unten halten würde, dann müsste ich ja oben irgendwo abwerfen. Ne, also nicht oben, sondern hinten. Und deshalb komme ich hier hoch, ne, komme raus aus der stabilen Phase. Schon beim Werfen. Also, es funktioniert. Ja, der ist ja zum Beispiel abgelenkt worden. Der wäre genau ins Ziel gegangen. Oder halt hier gegen den anderen in dem Bereich. Aber er ist abgelenkt worden. Genau das ist das Problem, wenn wir den da zu tief ansetzen, den ersten. Was ich zeigen will, ist jetzt die Veränderung, die ich mache, die sich auf jeden Fall bei mir extrem positiv auswirkt, aber nicht sofort. Ja, und das ist das, das Erste, was passiert. Wir kommen wirklich hoch, teilweise aber zu hoch. Die ersten Darts, ich habe es ja, ich mache es jetzt schon längere Zeit, also ich glaube so zwei Jahre, ab und zu mal setze ich dann immer den Dart hoch, den Arm hoch. Aber hier sieht man es. Ja, die kommen dann zum Anfang erstmal ganz extrem weit nach oben. Und warum? Ganz logisch. Gut, ich setze jetzt alles nach oben, habe aber noch denselben Abwurfpunkt meiner Motorik drin. Und dann kommt der sehr, sehr weit nach oben. Also ich muss tatsächlich hinten dann erstmal die Sache verlagern. Der Release kommt später. Dadurch habe ich sogar eine längere Bewegungsphase. Das heißt, ich kann ein besseres Gefühl für meinen Wurf aufbauen, als wenn ich so einen kurzen Weg habe. Ich rede jetzt hier von diesem Weg, der sehr lang ist bis zum Release. Anders als hier, da ist er sehr kurz. Und dass ich jetzt, wenn ich den alten Release-Punkt nehme, natürlich sehr hoch mit den Darts komme. Und dann da oben irgendwo bin. Die Flieger sind jetzt wie Kraut und Rüben. Spielt aber auch keine Rolle. Ich hoffe, dass das so rübergekommen ist, dass es verständlich ist. Denn jetzt muss ich sehen, dass ich den Punkt treffe, um auch in die Triple 20 zu kommen. Und das ist nicht den Release-Punkt jetzt anzudenken, da hinten musst du runterkommen. Sondern da müssen wir uns Visualisierung für schaffen. Das Gehirn muss eine Aufgabe bekommen. Du, ich will da reintreffen. Und dann muss man ein wenig abgleichen. Und schon klappt's. So, ein bisschen abrupt, der endet gerade eben die Sache. Die Batterien sind alle gegangen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was wichtig ist. Wir haben gesehen, zwei Änderungen. Änderungen haben oft zur Folge, dass es sich extrem, extrem anders anfühlt. Kann man da Selbstvertrauen aufbauen? Nein, es ist was Neues. Wir haben auch gesehen, dass jede Variante, die wir eingeführt haben, mit Problemen auch, was die Ergebnisse angeht, belastet ist. Kann man da Selbstvertrauen aufbauen? Nein, zum Anfang nicht. Kann man ein Vertrauen, ein Selbstvertrauen aufbauen, wenn man der Meinung ist, man schleift ein Training ein, dass die Bewegung immer 100% sein muss und so auch trainiert? Nein, das machen wir auch nicht. Können wir davon ausgehen, dass bei Änderungen wir sofort in ein Turnier gehen können und diese Änderungen dann erfolgreich umsetzen? Nein, auch nicht. Also, viele Faktoren, die dazu führen, die Sache erstmal behutsam anzugehen. Erstens müssen wir uns überlegen, wie gehe ich überhaupt vor? Warum mache ich das? Wie gehe ich denn vor? Welche Optionen stehen mir zur Verfügung? Welche Gefahren oder welche Hindernisse stehen in diesen Optionen? Wie wird sich das anfühlen? Ja, das kann man auch mal vorher schon andenken. Man kann sich damit beschäftigen. Bin ich bereit, diesen Weg überhaupt zu gehen? Was erhoffe ich mir davon? Das ist auch noch eine Sache. Meistens erhofft man sich radikale Verbesserungen seines Erwurfergebnisses und das kann ich gleich vorwegnehmen. Sowas wie hier mit dem zu hoch und zu tief, das kann natürlich doch dazu führen, gerade bei zu tief, dass man dann ein bisschen bessere Auswirkungen hat. Aber es werden keine radikalen Veränderungen werden. Denn sonst, wenn ihr motorisch so hervorragend aufgestellt sein würdet, dann hättet ihr das auch ohne diese Veränderung hinbekommen. Ja, denn man sieht immer wieder extrem, ja sagen wir mal, fehleranfällige Würfe, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, was ist das denn für ein Wurf? Ja, und die können dann trotzdem hunderter Schnitte werfen. Ja, Menzo Soljevic ist das beste Beispiel. Der hat in Extremsituationen, wenn der Druck am größten ist bei ihm, sieht man, der arbeitet dann da. Da kommt er auch aus der Schulter und da bewegt sich ja alles mit, alles. Der springt, macht und tut. Und trotzdem ein sehr, sehr erfolgreicher Spieler. Und daran kann man sehen, der ist motorisch einfach auf einer ganz anderen Stufe, als wir es höchstwahrscheinlich sind. Also, das auf jeden Fall bedenken, wenn ihr etwas verändert, was da alles passieren kann. So, Arm höher genommen. Ja, es verändert sich natürlich einiges, aber das muss nicht zum Nachteil sein. Wie gesagt, für mich war dieses Hochnehmen des Arms und das Zurückziehen, was für den Außenstehenden kaum sichtbar war, war für mich ein Gefühl unglaublich. Und oft ist es auch so, ihr werdet es selbst mit Sicherheit schon mal erfahren haben, kleine Änderungen fühlen sich an, als ob ihr nicht so, sondern so macht. Ganz komisch. Ganz komisch. Solange das nicht weh tut und solange da ein Plan dahinter steckt und ihr auch mit genügend Erfahrung an diese Sache herangeht, ist das kein Problem. Sobald es aber weh tut oder ihr nicht wisst, was ihr da eigentlich macht, sondern einfach nur rumexperimentiert und dann guckt, treffe ich, treffe ich nicht, ach, dann doch nicht, dann wird das mit Sicherheit zum Chaos führen. Und Chaos ist, kann ich nur sagen, das ist auch nachher ein mental sehr anstrengendes Ding. Viele Spieler, die ein mentales Problem haben, die keinen Bock mehr haben, die überhaupt nicht wissen, was los ist und die völlig verzagen, die haben oft damit angefangen und kriegen nachher überhaupt gar keinen Zugang mehr zu ihrem Wurf. Sie haben kein Wurfgefühl, sie haben nichts. Das ist leider nur mal so. Die dritte Variante wäre natürlich mit dem früher loslassen oder später loslassen. Ja, das ist aber in allen Sachen so drin. Mit dem höher nehmen, ist das klar, muss ich später loslassen. Wenn ich tiefer bin, muss ich natürlich früher loslassen. Und beim schneller werfen, da haben wir dann auch einen anderen Punkt, wo wir dann eigentlich loslassen. Das ist aber eine Sache, das kann man eh schwer steuern, da kann man nicht allzu gut drauf eingehen. Man kann es also nicht mit, ich lasse jetzt genau hier an diesem Punkt los oder hier an diesem Punkt los, sowas kann man nicht steuern. Von daher möchte ich eigentlich gar nicht darauf eingehen. Das macht man dann eher so durch eine Visualisierung, ja, wie man sich dann etwas so vorstellt. Also über eine Vorstellung, wann etwas passieren soll, aber nicht, ich muss jetzt hier loslassen. Hier muss ich jetzt loslassen und nicht vielleicht noch ein Band machen oder so. Das macht man nicht. Damit will ich jetzt aufhören. Ja, eigentlich alles gesagt, oder? Es fehlt aber leider noch eine Komponente, denn er fragte, wie kann man sein Wurfgefühl dafür entwickeln. Wenn ihr etwas dazu hören möchtet, dann würde ich euch bitten, unten in die Kommentare reinzuschreiben, wollt ihr dafür mal Trainingspläne sehen, wie die aufgebaut sind, wie ich damals mit Stefan zum Beispiel trainiert habe, mit dem Stefan Glatte. Wollt ihr sowas mal sehen? Dann würde ich euch doch bitten, nicht nur den Like-Button zu drücken, sondern auch unten in die Kommentare reinzuschreiben. Ja, würden wir ganz gerne sehen. Wenn 20 Kommentare zusammenkommen, nehme ich mir gerne die Zeit und werde das natürlich so ausführlich wie, oder sagen wir mal so kurz wie möglich, werde ich das dann gestalten und euch dann nächste Woche zukommen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß. Trainiert fleißig. Denkt dran, das hier war eine kurze Vorführung meiner Herangehensweise und bedeutet nicht, dass ihr genau das umsetzen müsst. Um Gottes Willen. Viel Spaß. Tschüss.